Mein Name ist Peter Schmidt-Meil. Ich habe auf dem Buchcamp die Session E-Books, Märchen, Mythen, Mehrwertsteuer gehalten. Da ging es um alle möglichen Geschichten, Vorurteile, Gerüchte, irgendwelche seltsamen Geschichten um das Thema E-Books. Es war glücklicherweise recht rege besucht und ich habe viel zu viel erzählt. Das heißt, die Diskussion war nicht ganz so reichhaltig, wie ich eigentlich gehofft habe. Aber besonders spannend waren die Themen mit der Mehrwertsteuer, wie das so ganz unterschiedlich sein kann und woher das alles kommt. Das Thema Piraterie war noch ein ganz wichtiges, ob das jetzt wirklich schlimm ist oder ob das vielleicht sogar eher gut ist, weil das Marketing-Effekte hat. Und ob das nicht sogar scheißegal ist, weil die Leute, die Geld für Bücher ausgeben wollen, das sowieso tun, so sie richtige Angebote dafür finden. Und ein wichtiges Thema war noch, ob jetzt E-Books dem Buchhandel schaden oder nicht. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Meinungen dazu. Da hätten wir wahrscheinlich noch eine Stunde weiter debattieren können. Auf jeden Fall war es eine tolle Session. Ich habe mich gefreut, dass ich hier sein konnte und würde nächstes Jahr gerne wieder dabei sein.